Ist man da nicht so voll in die Warteschlange für Classic? Die... Ich bin eine strahlende... Strahlende Persönlichkeit. Oh, oh. Man könnte schon fast behaupten, ich lerne dazu. Ich bin nicht schreckhaft. Was hier aber noch niemand in eine blöde Tasche getroppt hat. Wenn wir gleich echt keinen Spaß haben. Nicht genug Energie. Hahahaha! Forsaken Onesama. Alter. Dann schreibt doch wenigstens komplett Japanisch hier. Fotzen. Alter. Solche Schimpfwörter hier. Ach, das tut mir leid. Ach so. Oh, Entschuldigung. Oh Mann. Alter. Alter. Ich dachte, das ist random. Aber random ist die immer her. Aber das war jetzt äh... Grifens Glow, würde ich mal sagen. Wow. So, jetzt habe ich Zeit für den Chat. Ich meine es gibt einen Schokokakao getrennt. Oh, ich trinke nochmal Limo. Die war ja so gut. Ah! Ich habe geschüttelt aus Versehen. Aus Reflex! Oh, ich bin nass!